Bumm, 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 bumm. Im Jahre 1900, da rief der Trommel klang, die Fels nach Peking, 55 Tage lang. Die Flammen loderten zum Himmel, der Tod zog von auf seinen Gang, er zog durch Peking, 55 Tage lang. Der Aufstand dunkler Nächte, den der Hass geboren hat, zog im Feuerschein der Nächte durch die große leere Stadt. Und es ward der Trommel dröhnen und es ward der Hörnerklang zum Lied von Peking, fünfundfünfzig Tage lang. Bum, 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 bum. Es waren elf Nationen, die fest und ohne Rang zusammen standen, fünfundfünfzig Tage lang. Im Winter wehten ihre Bahnen, ohne falschen Stolz und Überschwang, ihr Stolz gießt trotzen, fünfundfünfzig Tage lang. Und so wie sie das Schicksal in Gefahr und Not verwandt, widerstanden sie den Feinde, jeder für sein Vaterland. Und sie kämpften und sie trotzen einer großen Übermacht. Und sie kämpften und sieten und gewandten diese Schlacht. Und es ward der Trommel dröhnen und es ward der Hörnerklang zum Lied von Peking, fünfundfünfzig Tage lang. Bumm, 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 b